Nee, das schaff ich nicht, das schaff ich nicht! Wow! Typ! Typ! Bleib! Er trifft einfach nicht. Er schießt nicht! Er trifft nicht! Er ist... Dumm, wie scheiße! Also ich kann jetzt machen, was ich will. Ich steige auf jeden Fall auf. 7 Punkte! Ich brauch nur 2 Punkte! 92! Wie krass, er ist nur noch 2 Punkte. Also bis zum vorletzten Run. Dann bin ich glorreicher Zombie-Fan, glaub ich. Also ich bin... Was bist du jetzt? Du bist was? Was? Ich bin jetzt glorreich. Und du bist jetzt? Du müsstest jetzt... Warte, ich? Ich bin... Nee, was wär? Du, ich red doch nur mit dir! Ja, okay! Ich war verwirrt. Ich dachte, du meinst vielleicht... Ich bin super Zombie-Fan. Und brauch 2 Punkte, dann bin ich glorreich, glaub ich. Oder? Ich glaub ja. Ja. Alles klar. Er hat denn da grad schon wieder ein Match gestartet. Achso! Fuck! Ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen. Es tut mir leid! Ich auch. Ja, wahrscheinlich hab ich's bei Kumo gehört. Ihr seid schlimm! Leute, ihr seid schlimm! Ja, das ist so routinemäßig drin. Du musst uns die ganze Zeit dran erinnern. Wir sind einfach zu sehr in Ratung. Das ist auch routinemäßig drinne. Du sprammst einfach die ganze Zeit A. Das ist wie bei Pokémon mit dem Pokémon-Heilen. Richtig. Einmal zu oft A und dann haltet die Olle... Ja, ja, kenn ich gut. Deine Pokis nochmal. Wer kennt das nicht? Ne? Außer die Leute, die kein Pokémon spielen, aber... Naja. Wer macht das schon nicht? Ich meine... Das Pokémon. Ganz ehrlich, jeder muss mal im Leben Pokémon ins Spiel haben. Einmal! Ja? Einmal! Was ist das für geil? Was ist Pokémon? Was? Was ist Pokémon? Ich weiß auch nicht. Ich hab nicht so gehört. Ich meine, wenn du jedem im Afrika ein Gameboy schenkst? Dann werden die auf jeden Fall mal Pokémon gesagt haben. Da kann er sich direkt zu denen setzen, um diese Kackhäuser. Ich bin einfach komplett verarmt. Wer? Ich? Achso, ja, klar. Macht die Aktion auf jeden Fall. Aktion? Ja. Die Gamebooks verschenken? Du hast grad selbst gesagt. Mach uns das los mit dir! Mir fragt gar überhaupt nicht. Ich will aber gleich noch für eine Runde... Ich überleg' gerade, Anna oder Sips? Guck mich gleich noch. Okay. Wiemals. Kann's machen. Wenn du uns im Stich lassen ist, ist das kein Problem. Ja. Irgendwann muss man euch mal im Stich lassen. Ich meine... Ich scream schon... ... 2 Stunden... ... 40 Minuten. Naja. Ich will jetzt auch keine... ... stundenlange Aufnahme machen. Da hab ich ja... ... Material für... ... 200 Jahre. Mindestens. Ja. Ja. Ich will nicht sagen. 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 Ich hätte jetzt irgendwas gesagt. Hättest du irgendwas gesagt? Das wär ja nicht schön gewesen. Ne? Nicht? Sag mal. Nein. Nein. Du musst mir einfach nicht sagen. Nein. Krasses Typ! Yo. Wie der einfach so 3 Jahre später stirbt. Ich schnapp ihn mir! Ich schnapp ihn mir! Ich... Da, 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 da! Ich schnapp ihn mir! Ich schnapp ihn! Ich schnapp ihn mir. Verdammt. Aber der andere hat mich geschnackt. Ist aber kein Blu-Leg. Ich hatte ihn. Alles easy. Ich hab das, was ich wollte. Kein Problem. Weißt du, das macht so viel Sinn, wenn... ... ein Typ hinter mir mit nem Roller hinter mir herrollt. Schon, oder? Oh, was? Wie kommt... Du machst der Motto so... Ja, ich nimm die kleinen Partikel, die du freilässt, mal ich auch noch aus. So, dass du den großen Unterschied machst. Jaja. So, ich nimm den. Das hat einen Öl, das ist ein Schiff! Und du wirst nicht! Ist er gestorben, oder? Ja, ist er gestorben. Gut. Gut. Sehr, sehr gut. Ein Team! Passt drauf! Ist kein Problem. Ich mache mehr an Ihnen. Ist kein Problem! Ja, kein Problem. Wir lassen einen Schiffen. Okay muss doch auch an jetzt. Die haben vorhin raus, ey. Die werden nur übellich zerstört. Jetzt nehmen Sie raus. Wir lassen sie in die Fläche mit an live. obwohl es geht es geht wir sind geistet was man verlieren ich habe mich noch problem aber er hat mich schon hier gilt das finde ich nicht so cool wir haben verloren sehr gut alle verrecken sie auf einmal am ende wir hätten es in der tasche gehabt habe eigentlich gar keine lust zu gewinnen die waren ja wow rafa david was geht ab und durch wieso seid ihr so schlecht ja bist du bereit viktor du alex was tun wir hier also ich lache eigentlich nicht wegen alex ohne weil ich schon wieder vergessen habe ich sage ja du musst uns daran erinnern man habe ich gerade hast du also ich warte gerade verdammt mensch jetzt bin ich ja nicht alleine als auch nicht gecheckt wer seid ihr wer seid ihr es macht alex überhaupt mit ich habe keine ahnung er sagt ihm was spiele ja dann hör mal auf warte ich escape muss die escape-taste auf dem gamepad du sollst das match zu ende machen und danach auf nein und stellt auf ja verdammt das kann ich auch einfach ich glaube nicht außerdem ist es nicht gut dann hast du dich nintendo und du bist dann einfach gebannt für zwei jahre ja ja okay ich bin ich meine solle einschalten können ne dann kannst du das kann man nein ja mutter hat alles gedacht ich krieg dann so ein insta-spun ich wandte dich einfach aus aus dem nintendo fanclub also heißt heißt auch wenn ich die konsolen nur ans stromlens anschließe krieg ich erst mal direkt einen schlag so sterbe einfach naja natürlich was erwartest du einfach das viermal Typ bleib mal locker was gab er denn er weiß zwar wo ich bin aber er kriegt mich einfach nicht er kann es einfach nicht nicht den skill und ich habe nicht die muni nicht die geduld kann ich hier weiter mit dem Hutz schlagen Steppenauflage lass mich durch Oh okay läuf wo sind die Gegner gar kein Problem wo sind die Gegner ich weiß nicht sind alle weg Hauern noch das eine flach okay Komm doch kommt doch Leute kommt zu mir Oh verdammt. Du hast überall blaue Farbe! Ich haue einfach ab. Warum ist hier alles blau? Mann Leute! Was ist los mit euch? Was ist falsch mit euch? Typ. Typ. Geh mir nicht auf den Sack. Stimmt. Leute, warum schafft ihr es nicht, die zu killen? Ja, guckt euch das an. Ich rake sie einfach und ich schaff mir nix. Nix. Ich hab keine Augen. Ein Team kann nix, Mann! Was ist los mit dem? Warum spiele ich eigentlich mit solchen Leuten? Ja, das Match läuft, Mann. Jetzt kannst du leider flohen. Ich bin gar nicht am Ragen. Er wartet auch, auch am Warten. Okay, einer hat mich gefühlt. Gar kein Problem. Kannst du ja Ragen, dass du warten musst, wenn ihr Idiot... Bitte? Kannst du ja Ragen, dass ich Idiot bekackt hab, dass du jetzt extra warten musst? So. So. Nee, eigentlich hab ich nur gelacht. Das ist okay. Wegen meiner eigenen Dummheit. Weitermachen. Was? Weitermachen? Okay. Kann beruhen. Schaff ich. Kann ich besonders gut. Das weiß ich. Ja, gehörst du zu dieser Sorte Mensch, der einfach in der Öffentlichkeit gegen so eine Stange rennt und dann anfängt zu lachen? Ist das so jemand? Ja. Ich bin ein fröhlicher Typ. Du bist ein sehr trauriges Wesen. Was hast du mir traurig zu tun? Ich versteh nicht, was du meinst. Du hast nicht mal Leute um dich herum, die dich auslachen. Weißt du? Normalerweise haben Freunde dafür, die auslachen in so einer Situation. Was ist das? Ach, Freunde sind überbewertet. Ich kann mich selbst auslachen, ja? Passt schon. Okay, gut, ich hab Nein gedrückt. Bist du stolz auf mich? Nein. Dacht mich. Alex! Ja? Alex, wie sieht's aus? Ich hab verloren. Ja, ja, das ist egal. Du musst nur Nein drucken. Du musst nur Nein drucken. Ich bin aber im Auswahlmenü zwischen Nein und Ja. Nein und Ja, was? Du musst ja erst mal aufs Flattkampf gehen. So, ich bin los aufwählen. Warte, 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 warte! Ich bin noch nicht dabei. Also einmal aufs Flattkampf auswählen, ja? Ja, hab ich. Nicht zu wissen. Äh, sind die alle bereit? Ich bin bereit. Alex? Ich. Ja, du bist bereit. Okay, wer zählt? Ich. Okay. Three, two, one, go! Alles klar. Kämpfer werden gesucht. Werden gesucht. Werden gesucht. Oh, keiner von euch. Red Demon. Ich hab Mannen, Matizium, Tony. Emi aus Lachimmen. Emi aus Lachimmen. Und bei mir sind also um die 30 und der Gegner Team 40. Kein Problem. Ja. Oh. Oh. Sniper! Sniper! Nicht cool, nicht cool. Nicht cool, nicht cool. Ganz, ganz schnell. Oh, shit, 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 shit. Kann ich mal fahren. Soll ich da vorbeikommen? Cool, tschüss, tschüss Typ. Ja. Oh, ha. Okay. Alles cool. Oh, Mann. Kommst du hier. Der der Geobastard! Voll getroffen, oder? Der stirbt einfach nicht. Oh, Sniper kann's. Oh, man. Versteht. Seine Hand. Oh, das trifft mich trotzdem nicht. Oh, das ist okay. Ja, da kann ich auch nicht landen. Alter, das ist ja überall. Ich komm hier nicht weg. Wo ist der Sniper? Da. Wow. Stirbt doch bitte. Double Kill, kein Problem. Jetzt will ich bitte auf die andere Seite. Auf die andere Seite. Aber ganz schnell, während der Sniper noch nicht da ist. Am besten. Ganz cool. Nee, das schaff ich nicht. Das schaff ich nicht. Wow. Typ, Typ. Er trifft einfach nicht. Er schießt nicht. Er trifft nicht. Er ist dumm, wie scheiße. Was ist das? Nee. Weißt du, hab ich ihn eben noch gelobt, was er voll der krass Sniper-Typ ist. Aber, ja. Kann's ja gar nicht. Ja, Blaster, deswegen. Was ist das? 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 Okay. Die haben da aufgeräumt. Das ist kein Problem. Mein Team räumt auf. Das ist kein Problem. Ich hab ihn gequält. Gar kein Problem. Ich hab ihn gequält. Komm doch, Typ. Komm doch. Du traust dich nicht. Komm doch her. Komm doch her. Wir trauen sich aber nicht. Kommt runter. Na los. Du brauchst alles bauen. Tau durch. Geh mal einfach Angst. Angst haben. Angst haben. Angst haben. Angst. Ist ja irgendwie anders. Oh, Typ. Du bist da hinten gelandet. Ich hab. Das ist nämlich zu viel gerade. Wieso nicht. Ich hab's nicht. Komm von der anderen Seite. Das kann passieren. Na wow, das war eine echt gute Runde jetzt gerade. Ja. Ganz hoch, ganz hoch, ganz hoch, ganz hoch. Ah, fünf Prozent. Wo ich anfangs dachte, das war richtig scheiße wegen dem Sniper. Aber nee, der konnte einfach nix. Das ist alles easy. 6-1, was geht? Mein Team hat gerade so verloren. Ey, ich war dem ersten mit dem meisten Punkten. Ich bin auch der mit dem meisten Punkten. 6-1 hab ich so gemacht, so. Krass. Krasser Typ. Aber ich hab nur 3-1. Naja. Das war meine letzte Runde der ersten Punkt. Okay. 14 Punkte. Yay. Ja gut Leute, aber ich würde sagen, dann würde ich einfach auch beenden, oder? Ich meine, ich nehme schon 2 Stunden 12 auf. Das ist... Krass. Alter, das wird teuer für dich, Viktor, ne? Ich weiß, aber das hat das Geld. Kann man gehen. Alles klar. Alles klar. Dann pack ich den Baseballschläger mal jetzt ganz langsam wieder weg. Ja. Ja. Und ich mein Eispick. Aber nicht Kultur. Eispick. Die lieben mich einfach, ne? Ihr merkt das, oder? Ist alles klar bei denen. Alles klar. Und bei euch ist auch alles klar. Denn der Part ist zu Ende. Ja. Ich weiß, ihr müsst nicht weinen. Es ist ein bisschen taurig, aber... Aber ihr müsst nicht weinen. Was? Der Portemonnaie ist schon. Ja gut, aber... Das ist jetzt egal. Das hat bald unser Geld. Leute, ich hoffe ihr hattet Spaß. An diesem Splatfest. Dann konntest du noch nicht zusammenspielen. Aber... Ist ok. Zum nächsten Mal ist alles cooler. Und vielleicht machen wir irgendwann nochmal einen Kampf, ja? Ja. Na Alex? Ne. Seht ihr? Ja, vielleicht. Wenn ich irgendwann mal Skill hab dafür. Können wir... Können wir scheinen. Aber... Das werde ich mir dann leisten können. Boah, wie die einfach nicht physisch hier drum gammeln. Ja, ja. Kein Problem. Gar kein Problem. Alles klar. Alles klar. Wir können ja schon hin. Wir können das hin. Ja, wir können das ja schon hin. Ich kann das hin. Alles klar, Leute. Genug Geschwätz. Und nichts gemacht. Ich würd sagen, ich wendel die Part hier. Und ja, schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Bei Splatoon. Online. Das wird cool. Hoffentlich. Glaub ich schon. Naja. Ist immer ganz lustig mit den... 4 Schwastens hier. Also 3. Mit mir. Mit mir 4. Ja. Bis dahin. Ciao. Vielen Dank fürs Zusehen. Und ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, würde ich mich echt über einen Daumen hoch freuen. Und schreibt doch mal in die Kommentare, was euch besonders gut gefallen hat. Und was nicht so gut. Und abonnieren nicht vergessen, damit ihr nichts mehr verpasst. Bis dann, euer Retoxan.